moin moin und herzlich willkommen zurück zu starfield bevor wir da aber jetzt weiter gehen mit der quest von vanguard würde ich hier noch ein paar sachen kaufen wollen das ding hat ja wieder wir fangen erst mal hier an wir haben hier ein drumbeat der sieht cool aus den behalten wir auch die äxte nutzen wir nicht so rendel nutzen wir ja auch nicht den trompe den behalten wir so dann haben wir hier anzüge und station und uc banger behalten wir beides den navigator den verkaufen war würde ich sagen helme kommen wir verkaufen das von der constellation ich glaube constellation brauchen wir nicht so uc banger behalten wir erst mal kleidung urban siedler arbeiter meiner verkaufen war und dann hier auch einmal weg damit weg damit das weg also nicht genug geld munition haben wir hier drinnen irgendwo ok so können wir das weg machen das weg den weg weltraum stürke behalten war der sie cool aus aber der hier kann weg so dann haben wir hier sehr viele lebensmittel die müssten wir auch eigentlich eher verkaufen die behalten wir auch dieses mal bei hier alles brauchen wir eigentlich nicht aber wir haben jetzt nur was abladen die handelsaufsicht sucht immer war der automatisch gleich hier ja alles gut was ich jetzt aber auch gerne mal ausprobieren will weil wir hier auch ein forschungstisch haben irgendwo ich gehe mal voraus wir haben hier irgendwo ein forschungstisch dass wir das auch mal einfach ausprobieren voraus wir finden das ding aus ein forschungstisch hier auch keins müssen wir eben suchen alter ich bin ich bin 100 kilometer von dem entfernen oder quatsch mich trotzdem voll was kann ich für dich tun captain hatten wir hier nicht noch irgendwie eine etage mehr oder so irgendwo ich muss jetzt suchen hier hier ist die leiter so so hier haben wir die docking station industrielle werkbank hier industrielle werkbank ne das war es nicht ich bin schon ewig bei der wengart ja das geht waffenwerkbank wir haben hier keinen forschungstisch mehr oder bin du zu doof es zu finden ich glaube den haben wir nicht mehr okay das heißt wir können das ding doch nicht ausprobieren was ich vorhabe beziehungsweise in der loge von unserer von der constellation hatten wir eins aber okay lassen wir das jetzt erstmal und machen uns dann lieber auf den weg wir müssen das hier auf jeden fall noch bisschen anders umbauen so und wir heben ab wir heben ab jo und ab in den in den weltenraum fantastische aussicht ja ich feiere das auch tatsächlich dass wir im weltraum unterwegs sein können und wir müssen da hin in richtung soll das so system aber ich freue mich wenn wir die nächste stufe erreicht haben von ja vom äh vom raumfahrt also liegen und unser stück dann richtig krass ausbauen können auf stufe c schritte auf standard antrieb wir kommen im uc raum gegenwärtigen kurs beibehalten während wir deine fracht scannen ja wir haben keines schmuggelware an bord erledigt viel spaß in cydonia so wo haben wir cydonia äh da mars launchpad da müssen wir landen ist nicht immer so dass man hier ähm ganz normal äh über hat einfach land kann ist es tatsächlich so dass man also ja wenn mehrere orte an einem punkt sind dass man es schon tatsächlich doch über die karte machen soll aber ich finde es super dass man hier auch nicht einfach tausend questmarker auf einmal hat und erst mal der wunderschöne laden die luxe condos sind nichts besonderes aber für viele leute die heimat ja okay wir müssen hier runter gehe ich mal von aus dass wir hier um müssen und hier die läden absuchen ja ich würde gerne handeln das machen wir ja er hat 11.800 okay das heißt wir können hier ein bisschen mehr verkaufen das müssen wir noch auf jeden fall favorisieren anzüge rucksäcke kommt die machen wir weg elme wird behalten war leidung wertbereitungshilfe notizen ressourcen sonstiges so aus dem schiff wenn der aber so viel geld hat können wir hier gut verkaufen auf jeden fall so sternwagermund und den den behalten wir hier behalten wir auf so die dinger brauchen wir nicht haben wir schon mal gut gelten die wir sind wieder bei 53.000 so wir sehen uns wo muss ich hin hier um hier tatsächlich mit ihm muss ich quatschen obte in bayern rechnung erhältst du ihm du willst gar nichts ausliefern captain max deus bangard ich brauche personal walkers hilfe es geht um eine beunruhigende entdeckung ach ja ja ich wünschte ich könnte dir helfen aber dr walker ist seit einiger zeit verschwunden ok ein jammer wir hatten sehr große hoffnungen in personal gesetzt ich habe ihn für medizinische und biologische beratungen herangezogen nicht das was die handelsaufsicht normalerweise macht aber wir dachten uns es hätte das potenzial eine ganz neue art von einnahmen zu generieren ich habe jede menge eigenkapital in das vorhaben investiert aber nach einem problem beschloss er zu verschwinden ich vermute die meiner haben ihn versteckt dieser felsen hier hat ziemlich viele spalten aber das ist wahrscheinlich auch am besten so ich kann versuchen ihn zu finden du scheinst kein interesse daran zu haben ihn zu finden und was wir von einem problem reden wir hier denn warum haben die meiner ihn versteckt sie alle waren devils red devils eine uc marine einheit hier auf dem mars die jedoch kurz nach dem kolonie krieg aufgelöst wurde ich vermute einige von ihnen haben gemeinsam mit dr walker gedient im kampf geschmiedete bande von was für einen problem reden wir hier denn dr walker hat eigene arzneimittel hergestellt und verkauft an unsere kunden zum selbstkostenpreis dies war im laut vertrag ausdrücklich untersagt daher verlangten wir unseren anteil am gewinn und kürzten sein gehalt vielleicht etwas zu stark aber innerhalb gesetzlicher rahmen dann verschwand er er hat seine pflicht vernachlässigt und seine schulden nicht bezahlt du schalt kein interesse daran zu haben zu finden richtig wir sind nicht mehr an dr walkers diensten interessiert er hat seinen posten jedoch mit beachtlichen schulden verlassen wenn du ihn finden und zum begleichen bewegen könntest wäre die handelsaufsicht dir sehr dankbar ja habe ich trau der handel ich traue kein geld eigentlich muss nur wissen wo ich ihn finden kann mal sehen sagt mir wo er sich zuletzt aufgehalten hat wie hoch sind seine schulden willst du sie übernehmen nein die genaue summe kann ich dir spontan nicht nennen aber mit den aufgelaufenen zinsen ist sie durchaus beachtlich falls du ihn also finden und dazu bringen könntest seine schulden zu begleichen wären wir dir auf richtig dankbar mal sehen sagt mir einfach wo er sich zuletzt aufgehört wunderbar ich würde einen besuch im sex circle vorschlagen soweit ich weiß eine bar auf der untersten ebene der stadt die gauner dort dürften wissen wo sich percival aufhält aber sei vorsichtig diese gruppe ist nicht gerade für ihre gastfreundschaft bekannt ok suchen wir die mal hier runter hier fahrstuhl ebene wählen p2 wir müssen aber hier auch einmal unter den waffen den ich auch mal favorisieren ich packe den mal hier hin den dran biet der sagt mir gerade noch nicht solches broken spiel ist oben lass dich da vorlaufen wir haben nur devils veteranen und co zutritt bleibt locker ich bin von der vanguard angeblich weißt du wo passen hat den zern und schickt mich suche nach einem gewissen walker und wenn ich gerne mit schwachmaten trinke und habe ich dann bleibe ich bin mal ehrlich doch walker tja da bist du auf dem holz so oft kommen keine topseidern meine bar und behaupten leute zu kennen was willst du von dr walker ich bin für die vanguard hier muss ich was ansehen wir bringe was im namen von hedrian zahn und ich kann beweisen dass sie mich geschickt hat könnten die galaxie belohnen passfell muss mir helfen sie auch behalten ich glaube dem interessiert das hier nicht ich glaube schon dass wirklich falls das eine fälschung ist dann eine verdammt gute ok vielleicht hat sie dich geschickt oder du weißt wo man fälschungen kriegt aber selbst wenn ich dir helfen würde den kontakt zu dr walker herzustellen hat er sich nicht ohne grund rar gemacht seine schulden bei der aufsicht aber falls die jemanden ja die aufsicht ist mir egal müsste passiv sich nicht mehr verstecken diese person würde bestimmt zu einem freund von passiv und den anderen devils werden und freunden helfe ich immer gern mal sehen ob ich die schulden begleiten kann und wie soll ich deiner meinung auf percivals namen reinwaschen du und percival über beide red devils kannst du mir was darüber erzählen die red devils waren die heftigste marine einheit der uc navy um reinzukommen musste man mindestens einmal als dass die gearbeitet haben das hat uns abgehärtet deswegen haben wir uns um die uc xeno waffen gekümmert keine andere einheit konnte diesem druck standhalten percival war aber kein einfacher soldat sondern wissenschaftsoffizier hat dafür gesorgt dass sich die monster bei uns benahmen und bei allen anderen nicht aber genau diese monster haben uns das genick gebrochen als der sperrvertrag in kraft trat wurde alles auf eis gelegt was mit xenowaffen zu tun hatte auch die red devils die sind nur noch eine erinnerung du hast mit xenowaffen gearbeitet ich war bei der infanterie aber meine soldaten wurden mit denen eingesetzt sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen monster aus den finstersten winkeln der schwarze wüteten auf dem schlachtfeld kann verstehen warum das verboten wurde der sperrvertrag hat uns am meisten weh getan aber nicht alles was dadurch entstand war schlecht und wie soll ich deiner meinung nach percivals namen reinwaschen der direkteste ansatz wäre einfach bei der aufsicht rein zu spazieren und die schulden gleich zu begleichen falls du credits hast die du nicht brauchst angeblich speichert die aufsicht ihre gesamten unterlagen und in kassel dateien auf einem zentralen server in ihrem lagerraum wenn da jemand einbrechen und passivals schulden auf sagen wir mal ein paar akzeptable 100 credits anpassen würde könnte ich die kosten gerne übernehmen und unter uns freunden von hadrian in saldonia gibt es jede menge alter wartungsbereiche würde mich nicht wundern wenn einer davon direkt in den lagerraum der aufsicht führt zum beispiel mit einem eingang hinter dem broken spiel die brauchst du dann auch noch man sehen ob ich die schulden mit gleichen kann ich freue mich schon auf die gute nachricht ja okay jetzt möglicher freund von hadrian okay so kembrich gehört wie du mit lu geredet hast du hilfst also dr walker ja ich werde das versuchen klingt als hätte ich wohl keine andere möglichkeit warum weißt du wo ich ihn finden kann nein ich habe eine vermutung aber du willst percival doch helfen oder ja an sich klingt als hätte ich keine andere ich werde es ja gut gut percival ist ein guter pass auf ich weiß wie du das hinkriegst ohne irgendwo einbrechen zu müssen wässriger hämatit der maß ist voll davon die leute halten ihn für müll aber percival und ich habe man projekten in den tiefminen gearbeitet zumindest als er noch nicht für die handelsaufsicht geschuftet hat aber wir wissen wie man ihn nutzbar macht und profitabel wenn du auch teil bei der aufsicht unsere forschung gibst müsste das percival schuld mehr als begleichen der sucht immer nach vorteilen für sich es gibt wohl einen grund warum die aufsicht ist noch nicht hat entschuldigung wer bist du wässriger hämatit was ist das hauptsächlich eisen und abwasser aus drei jahrhunderten aber nur percival kann ja sagen was da an spurenelementen und so einem zeug drin ist aber er sammelt sich in der nähe von siedlungen an und irgendwas im marsboden wandelt ihn um und wir glauben dass wir eine neue verwendung dafür gefunden haben projekte habt ihr etwa camps hergestellt nein 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 ja schon aber medizinische ich habe ihm geholfen das herzustellen was der stadt fehlte und dann haben wir es günstig an die meiner verkauft aber die aufsicht hat davon wind bekommen und wollte ihren anteil und wer bist du ich bin cambridge ich war percivals assistent oder er sein schüler er hat mich angestellt damit ich ihm bei einem seiner nebenprojekte helfe ich kenne all seine experimente und ich wusste dass das hier was großes war klingt ja recht einfach es gibt wohl einen grund warum die aufsicht ist noch nicht hat ja wir konnten die forschung nie abschließen spacer haben sich eingenistet und uns vertrieben aber wenn du sie beseitigst kann ich dir zeigen wie du die forschung fertig stellst dann kannst du sie der handelsaufsicht geben und die leute haben wieder arbeit in den tiefminen es gibt wieder jobs ich werde ein moderner volksheld und muss nicht mehr auf einem aufgeblasenen raumanzug schlafen gut sagt mir einfach wo die mine ist kein interesse was sind spacer was ist mit den jobs auf dem mars der größte arbeitgeber auf dem mars war immer die demos sternen werft aber nach dem kolonie krieg brauchte man viel weniger kriegsschiffe weniger schiffe weniger mineralien und jede menge leute die händeringend nach arbeit gesucht haben gut sagt mir einfach wo die mine ist ja ja der zugang zu den tiefminen liegt außerhalb der stadt ist nicht weit du musst wahrscheinlich nicht mal dein schiff nehmen wir waren beim hauptbohrer wenn du den spacer anführer ausschaltest dürfte der rest die botschaft verstehen und sich verziehen melde dich danach über das kommt fällt bei mir dann kann ich dir zeigen wie du die forschung zu ende bringst ok töte den spacer boss in den tiefminen das hier machen wollen hauptebene die schulden will ich jetzt nicht auf dieser art begleicht sondern wir machen das so auf die altmodische art und ballern dahinten alles wieder weg und können dann dadurch noch mal erfahrungspunkte gewinnen wird ja nicht mehr viel für level 11 für level 11 fehlt ja wirklich nicht mehr viel das heißt dann wir können mit diesem wässrigen hämatit auch noch ohne selber credits anlegen zu müssen bezahlen zu müssen die schulden von percival walker hier auftreiben bezahlen da müssen wir hin so wie sieht das ding jetzt eigentlich aus ok dafür haben wir aber nicht viel muni aber wir können gleich der ist ja richtig cool da haben wir nicht mehr so viel da haben wir noch viel aber wir bleiben bei der waffe und da ist ja wohl schon mal die müssen wir wirklich noch um umbauen zugänglicher machen für uns das sind weniger ein labyrinth ist ich finde es interessant wie hoch wie eigentlich hier springen können da müssen wir genau gibt eigentlich hier auch noch was zu sammeln vergleichbar zwölf schulden optional für den spacer boss und den tiefminen so blei haben wir gefunden und das nehmen wir auch noch mit da hinten ist die schon ich bin so aber erstmal noch ein bisschen unterwegs ich hoffe nur hier kommen keine terrormorphs so was ist das da wir haben aber hier noch nicht alle ressourcen gefunden die es hier gibt es genau klor die klor sie wie auch immer hat hat fehlt uns noch hier das haben wir noch nicht entdeckt und dann machen was war das denn gerade was war das denn gerade so und hier hoch da haben wir sie die spacer hier ist aber alles voller blei so level 11 nice level 14 ok ok der scheint ein bisschen stärker zu sein so ich suche mal eben paar einfache gegner da level 8 so ein sound bringt irgendwie gar nichts hier ist ok da haben wir wieder ein paar erledigt meine gesundheit die ist ja schon fast leer wohlbefinden heile tausend schaden wohlbefinden heile tausend schaden da war keine gute idee da geh ich mal ein bisschen wieder raus da geh ich mal hier rum ach so hier ok ok die sind da unten noch ein equinox so den haben wir den haben wir so und nochmal kurz heilen dann wieder hier drauf wechseln lass den minen hier müssen wir rein ja jetzt lädt es erstmal wieder und wir können jetzt mal hier den hier machen erhöht das wendetempo die manövrierfähigkeit das heißt dann jetzt 15 schiffe müssen zerstören damit wir das und das hier schaffen und dann können wir klasse b fliegen ok wo sind sie ich hoffe hier ist kein terrormorph wir hatten aber auch paar andere coole sachen eingesammelt muss ich jetzt einmal kurz gucken was haben wir hier anzug navigator da gibt aber energieschaden schützt er mehr aber hier haben wir nichts neues die deep raccoon tiefensucher des kopfjägers helm space rucker nee ist zwar auch legendär aber nee ist nicht so das nicee ding schau wir schauen wir mal wo die Dudes und Duties sind so isotopisches kühlmittel und reaktives messgerät können wir eigentlich von hier aus sachen auf die auf schiff packen frachtraum mhm waffen so ähm da kann ich nicht drüber packen ok was meinen wir unter das brauchen wir den auch hühnchen essens paket wir lassen das essen dieses mal liegen weil es schon sehr viel lagerplatz benötigt ich glaube das war keine gute idee das licht anzulassen ach verdammt gehen wir mal hier hin und warten ab bis die heal kommen oder warte der ersten erledigt hier ist der nächste äh nachladen und nochmal so hier sind wir wieder in sicherheit 750 leben aufgeladen nice und nochmal ouch das ist sehr heftig hier gleich gehen wir mal da runter was hat er was hat er ja wie viel haben wir noch mit 14 so nachgeladen im so noch mal kurz gesundheit aufladen und so Ah, hier sind welche. Nein, ich stecke hier fest. Autsch. Verdammt. Nachladen. So. So, hat auch noch einen Equinox. Ah, jetzt bin ich wieder überladen. So. Mal aufladen, Gesundheit. Wo ist denn der? Da. Den haben wir auch. Hier sind noch zwei. Hier. Noch ein Medi-Pack. Nice. Hier ist noch irgendwo einer. Da. So, alle erledigt. Okay, das haben wir geschafft. Wir sind aber wieder überladen. Das kriegen wir mal super hin. Dann können wir hier mal looten. Ich hätte gerne irgendwie mehr Licht, besseres Licht. Da haben wir was. Trink-Pack, Wasser. Oh, Plutonium. Nice. Experte kriegen wir nicht auf. Aber wir haben hier auch Lebensmittel, die wir brauchen. So. So, Elim. Gen-Material. Amp. Hier, das können wir essen. Das können wir essen. Das können wir essen. Käse können wir essen. Das können wir essen. Das können wir essen. Das können wir trinken. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. So, den haben wir durchlootet. Was ist denn das eigentlich für eine Riesenhalle? Da müssen wir hin. Oh. War hier was? Nö, hier war nix. Hier müssen wir hin. Geht mal von aus. Säß hier noch keiner. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie auch mehr tragen können. Da sind wieder mehr. Ich habe da was gesehen. Nein, komm. Lass das treffen. Okay, so ist besser. Wenn wir hier so verstecken. Okay, das da ist nix. Ich dachte, das könnte explodieren. So, Gesundheit aufgrund wieder leer. Wir haben aber auch keine Handgranaten mehr. Wir haben aber auch keine Handgranaten mehr. Wir haben aber auch keine Handgranaten mehr. Hier oben gehört schon mir das Gebiet. 150, Afghanistan, das ist nix. Hilf den doof! du bist tot! tot! ja die machen sich hier hoch auf den weg so beleidigen die mich immer erstmal den ersten und einer ist hier oben der hat aber auch kaum Gesundheit ok jetzt haben wir alle und wieder alles hier haben wir was zu essen wir nehmen jetzt erstmal funks cheese steak alles essen was wir hier kriegen können wir direkt gleich nutzen alien jerky es gibt ja viel essen da haben wir wieder was die nehmen wir nicht alkohol lassen wir mal sein save meister schade was ist denn das? miner schutzhelm und overall miner mau verkaufen medipack schlangenöl amp dann haben wir hier straut ecklund dann orangensaft gute nacht packung tranquility tea so hier ist nichts arbeiterbraun was ist denn das? ich kann da nicht immer diese schwere losdraht und pflaune können wir essen gleich für die gesundheit dann hier uc navy dienst und grammy plus söldner arbeitskleidung noch ein crad stick splittermine rahmen mehr verkaufen und injektor so ah ok den können wir nehmen und trinken sonst gibt es hier nicht mehr 90 meter in diese richtung gut jetzt eben die lebensmittel zu uns nehmen so alien jerky das können wir essen das oh das sieht ja aber lecker aus so hackbraten injektor orangensaft pflaume cappuccino veggie jumbo sandwich boah so ein sandwich hätte ich auch Bock so gut gehen wir mal weiter ach hier gibt es noch einen raum mit nichts station schaumstoffbecher aber ein zerdrückter hier ist nichts noch ein eon ah hier ist ein badezimmer sonst gibt es hier nichts ne die baderäume ok mit klo dusch und allem ach 500 kredits wurden jetzt nach hause zu meinen eltern geschickt ja die sind aber teuer 500 kredits hier haben wir das gym und hier den haben wir noch nicht gelootet hier sind die labore hier hier geht es raus hier geht es raus was ist denn das schriften von warun ketzern hellen tiefen sucher so und jetzt einmal im gym hier nochmal essen eine stahlflasche klar dass man hier sachen nicht verwerten kann jetzt ist nur die frage wo geht es hier weiter ich glaube hier rum die haben mich gehört ich glaube die haben mich gehört Doch, hier ist jemand. Alter, was eine Riesenanlage. Aber ich muss in die Richtung gleich. Wo geht es denn hier weiter? Muss ich da runterspringen? Nee. Eigentlich durch diese Tür. Aber die scheint dicht zu sein. Eingestürzt. Ja, ich würde gerne zu euch kommen. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe wenigstens die Erfahrungspunkte für den einen Jude mitgenommen. Hm. Oh. Wo kommen wir da hin? Und beziehungsweise wie kommen wir da hin? Ist hier noch ein Weg? Hier ist ein Weg. Oder auch nicht. Äh? Hier vielleicht? Darf noch irgendwie... Gibt es hier einen Weg? Überhaupt? Den ich nicht sehe? Einmal kurz Ausdauer tanken. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen langsamer. So. Ich würde dann vielleicht doch einmal zurückgehen. Gucken, ob wir da nicht irgendwie vielleicht einen Weg übersehen haben. Um weiterzukommen. Hier ist ja kein Weg. Hier durch? Äh? Gibt es da hinten noch was? Durch die Dinger? Hier anscheinend... Also es war schon eigentlich richtig da. Ja, komm. Ja, ich wollte genau hier drauf. Autsch. Den habe ich gespürt. Ja, aber... Ich würde wirklich gerne wissen, wie ich da weiterkomme. Oder hier oben? Gibt es noch einen Weg vielleicht? Ne, das scheint schon der Weg zu sein. So, wieder langsam. Ja, aber wie komme ich zu denen runter? Oh, wir gehen einfach hier rum. So, wo sind sie denn? Ah, da... Der eine haut da ab. So, den einen haben wir gekillt. So, den haben wir gekillt. Spacer Rowdy. So, der ist das Ziel. So. Nochmal nachladen und Gesundheit aufladen. Boah, wir brauchen definitiv mehr von den, äh... Von der... Von diesen Medi-Packs. Auf jeden Fall. Äh, ne. Komm. Die ist erledigt, oder wer? Käse, nice. Können wir gleich essen. So. Credits? Alter, wie viele Credits. Und da geht's gleich noch mal weiter. Ich glaube, da finden wir auch gleich den Ausgang. Ja, da sind sie schon. So, schnell den hinterher. Ähm... Alter, meine Gesundheit. Okay, das mit der Gesundheit, das ist, ähm... So ein Ding hier. Wie ist denn das? Wir sitzen auf dem Silbertablet. Der ist das! Achso. Den haben wir. Da geht's. Da. Hä? Scheiße, einer weniger. Auf immer wiedersehen. Okay, nice. Erledigt. Alle. So. So. Und da oben war ja noch einer. Okay. Ging relativ flott. Ich guck mal. Gibt's hier noch was? Noch einen Cutter. Können wir verkaufen. Maßoberfläche. Okay, hier haben wir einen Fahrstuhl. Hier könnten wir raus. Was ist denn da? Intercom? Hallo? Hast du die Space erledigt? Äh, jo? Also, um die Forschung abzuschließen, brauchst du eine Hämatitprobe, die du durch den Drescher laufen lässt. Nimm dir einen Laserkutter und geh zurück in die Kammer, in der du reingekommen bist. Der Drescher ist die große Maschine im Raum daneben. Der Startcode lautet RS... 33. Erledige das, dann ist Passivals Name in nullkommanichts reingewaschen. Okay, äh... Sammler eine Probe wässriger Hämatit. Da vorne irgendwo. Wässriger Hämatit. Rufe 4. Seltenheit. So. Haben wir das auch erledigt? Und dann hier rein damit. Ressourcen für den Platz. Ressourcen akzeptiert. Leite Analyse ein. Verbindungsanalyse komplett. Erweitere vorhandene Bezeichnung. Ordne zu. Prozess abgeschlossen. Bitte Dokumentation entnehmen. Hier. Und hier nochmal durchrufen. Alles bereit? Gut. Du kannst mit dem Aufzug zurück an die Oberfläche fahren. Im Drescherraum müsste ein Schlüssel liegen, falls die Spacer ihn nicht mitgenommen haben. Ich warte im Circle auf dich. So, was haben wir da? Äh... CQBX. Ein Chem, das die Effektivität im Nachkampf steigert. Na, lassen wir mal. Uh, hier haben wir UC Navy Enter Messer, Credits, Debra Kuhn, Gold, Aluminium. Dann haben wir hier noch ein Medipack und Werdelos Aufhängung. Ein paar verschiedene Strohflinten und Schalldämpfer. Und nochmal Credits. Äh... Zu Cambridge. Die Daten wieder, okay. Gucken aber noch eben. Also... Ob wir hier nicht noch irgendwas übersehen oder... Ja, komm. Wir gehen nach oben mit einem Fahrspul und wir können das dann erst gleich abgeben. So... Achso, ähm... Ich muss schon hier sein. Okay. Ich muss noch hier bleiben. Dann ist jetzt die Frage, wo muss ich damit hin? Wenn ich da bleiben muss? Wie weit ist denn das? Muss ich das verstehen? Die Waffe können wir wieder einstecken. Dann gehen wir hier wieder hoch. War das über die Treppe hier? Nö. Ich glaube, hier sind wir falsch. Oder? Doch. Da haben wir noch ein bisschen was. Die nehmen wir mal mit. Seltenheit Stufe 4 nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann ist es sehr wertvoll dann zu sein. Da haben wir noch mal ein. Und hier auch wieder ein. Was zeigt ihr mir da an? Wo muss ich hin? Und warum musste ich nochmal wieder hier rein? da zeigt mir den Ausgang. Habe ich so das Gefühl? Ja, der zeigt mir den Ausgang. Ich hatte jetzt erwartet, wir haben hier irgendwas wichtiges übersehen, vergessen oder mussten hier noch irgendwas holen. Aber nee, der zeigt mir nur den Ausgang. jetzt können wir wieder ein bisschen schneller machen. Das liegt mal wieder aus. Das fand ich jetzt unnötig, dass er mir ausgerechnet das hier markiert und mich wieder zurückgeschickt hat in die Anlage, nur um durch diesen Ausgang zu gehen. Warum hat er dann gesagt gehabt, ich soll durch die Dings hier gehen, durch den Fahrstuhl? Wenn er das Spiel will, dass ich hier rum rausgehe. Aber egal, dann gehen wir gehen wir halt so rum. Und zurück. Dann haben wir Percival Schulden gleich beglichen. So, zu viel Last. Ja, wir schauen mal gleich, dass wir auch ein bisschen was wieder verkaufen. So, wieder ein bisschen langsamer, weil wir überladen sind und gleich unsere Gesundheit verlieren, wenn wir zu schnell rennen. Nee, es ist aber hier die der Sauerstoff ist ja eigentlich die Ausdauer. Und ich würde gerne wissen, ob man das irgendwie nochmal nochmal aufbessern kann. Ich muss mich wirklich nochmal ein bisschen mehr mit den Skill-Punkten hier auseinandersetzen. Nein, hier, geh hoch. So, einmal kurz wieder entspannt laufen. Bis die Ausdauer wieder voll ist und dann gleich erstmal verkaufen gehen. ja, das müsste reichen. noch ein bisschen kommen, schneller. ich habe aber so ein Gefühl, springen ist nicht wirklich schneller. Es wirkt nur halt so. So, joggen wir mal ein bisschen. wir laufen seitlich, merkt ihr das? da guckt er auch die ganze Zeit nach links. Ihr seht das auch, der guckt nach links. Irgendwas das links. jetzt läuft er seitlich. auch mal. Irgendwas war da. was war das? warum hat er sich da angeguckt hat? ich wollte nur was links angucken ich bin stolz den jussi zu dienen die haben noch mal coole rüstung aber ich habe mir das mit der versetzung denn noch die haben coole ausrüstung auf jeden fall ich wollte eigentlich werden dann habe ich gemerkt dass wir von welten die wollte wenn gehabt werden oder die bürgerin hier können wir noch mal kurz verkaufen suchst du was bestimmtes hier haben alles mögliche frage ich würde gerne das machen wir ja ich habe noch mal ein bisschen was ich hier anzubieten waffen haben war den coach man haben wir hier einen super guten cutter dann noch ein eon dann einige equinox so um zehn stück angiver haben wir ein paar so den jahre jussi navy entermesser hier noch mal sie er hat nicht mehr so viel geld so kammerjäger kampf messer dann haben wir hier immer noch wir haben nicht genug um den wir zu verkaufen alles gute so und ebene wählen p2 die kriminalitätsrate war noch nie so niedrig und hier cambridge cooper hast du die slate lass mal die joe habe ich verringerte gelenk abnutzung erhöhte trage kapazität eine dosis davon könnte ein meiner sehr viel effektiver machen die formel ist mindestens genauso viel wert wie percivals schulden also du machst folgendes sag ob da in der handelsaufsicht dass ihm ein geschäft vorschlägt das meiner effizienter macht höhere erträge einbringt diesen ganzen business misst und dass er alles kriegt wenn percivals schulden erlassen werden kennst du dich mit verkaufspräsentation aus naja so ganz meine stecke ist es nicht unbedingt naja gibt einfach dein bestes und sagt wie viel geld sich mit der formel verdienen lässt und hier eine kopie der formel für dich falls du mal deinen eigenen industriellen output maximieren möchtest das solltest du benutzen viel glück ok gehen wir wieder hoch so hauptebene dann verkaufen wir das mal und sorgen zudem können durch überarbeitung oder beschöpfung bedingte fehler oder verletzungen dem gewinn ihres arbeitgebers bei einem überraschenden terror mob angriff wurden sämtliche siedler getötet terror mob angriffe sind in den besiedelten systemen keine seltenheit doch wie und warum sie auftreten ist unklar der koloniale medizinische dienst hält eine trauerfeier für die verwandten der verstorbenen ab und bekundet sein tiefstes mitgefühl okay so und hier also der terror mob angriffe kam jetzt auch noch in den nachrichten gibt's noch was anderes ich möchte dir ein geschäft vorschlagen ein lukratives gelegenheiten schlage ich eigentlich nie aus aber ich würde gern erfahren was du auf dem marsmarkt entdeckt hast was anderen entgangen ist ein chem aus wässrigem hematit ich nenne es pick me up mit einem patentierten neuen phänomen machst du aus wässrigem hematit credits wässriger hematit eisen und abwasser erstaunt mich nicht dass so etwas noch niemand vorgeschlagen hat und welche wirkung genau hat ein neues mittel macht meinen effizienter ich habe hier daten die das beweisen laut dieser slate hilft es gegen schwäche bessere arbeiter noch heute ja komm wir machen das interessanter vorschlag falls deine daten stimmen aber woher kommt dieser hematit es wäre zu teuer die aktiven minen umzurüsten die tiefminen könnten eine option sein aber da wimmelt es angeblich von spacer die habe ich schon beseitigt es würde ich keinen einzigen kredit kosten was wenn ich dir sage dass ich die minen gesäubert habe und zwar kostenlos die spacer diesen mausotod gern stehen das ist natürlich faszinierend ein komplett ungenutzte ressourcen pool und eine wirkung die jede bergbaufirma in seidonia liebend gerne nutzen würde wir könnten die eigentliche laborarbeit outsourcen und eine der gierigeren firmen für material ins boot holen allein die lizenz gebühren und wie das unser image bei der bevölkerung auf polieren würde diese mine neu eröffnet dank der mars handelsaufsicht wirklich sehr interessant und was willst du für die rechte an dem mittel ich will dass du personal schulden begleicht ich will credits haufenweise ich muss mir das noch mal ach komm machen wir doch der walkers schulden ja mehr nicht sind beglichen ja dann haben wir wohl einen deal und hier ein finderlohn von der aufsicht ein absolut vernünftiger betrag für eine entdeckung mit diesem potenzial du sollst ja nicht glauben wir haben dich übers ohr wir nehmen die slate bevor du es dir anders überlegst war mir eine freude mit dir geschäfte zu machen kämpfen ok aber das würde ich sagen machen wir in der nächsten folge und vielen dank dass ihr wieder mit dabei ich bin's euer max deus und ciao